herzlichen ganz ganz herzlich ist willkommen hier auf dem mega Projektes Server lange habe ich hier nichts mehr gemacht man sieht es auch es ist hier irgendwie noch ganz abvoll zu tun ich bin mir muss ich ganz ehrlich eingestehen immer noch nicht wirklich hundertprozentig sicher wie ich hier weitermache denn die ganze Limousine hier muss ich noch mit irgendwas füllen ich habe aber echt kein blassen Schimmer mit was das ist das Problem ja ich glaube das verschiebe ich auch irgendwie weil ihr seht es ist nicht gerade die kleinste und ja steckt hier irgendwie eine Menge Arbeit drin üblich wieder mal der nicht ganz so tolle Bildaufbau hier aber das kennen wir ja nun schon nicht anders ja so dann gehen wir erstmal hier durch weil hier vorne habe ich ja schon angefangen ist ja nicht dass ich hier noch nichts gemacht habe muss mich jetzt selber erst mal ein bisschen orientieren hier weil ich habe ewig lange schon nichts mehr gemacht ja hier habe ich sitze versucht anzufangen ich glaube wie die sitze draußen stehen ich weiß es jetzt gar nicht die sitze da draußen immer stehen gehabt ja angefangen habe ich hier auch aber irgendwie hat mich hier so ein bisschen die lust und die idee verloren was weiter zu machen vielleicht kommt das wieder ich will es hoffen damit ich es irgendwann mal fertig kriege denn es soll wenn meine internet leitung damit spielt was sie voraussichtlich spätestens bis ende des nächsten des kommenden monats jetzt wir haben heute in 22 und ja voraussichtlich zum ende des monats also nicht diesen monats vielleicht auch schon in der mitte ich weiß es noch nicht bekomme ich endlich eine vernünftige internet leitung und dann sollte das ganze hier vielleicht ein bisschen besser funktionieren will ich mal ganz stark hoffen dann soll ein live stream kommen die idee war die minecart bahn im live stream zu fahren wir haben momentan eine fahrdauer von an die vier stunden die vier stunden laufen über den kompletten server es wird fast alles befahren was auf dem server gebaut ist die betonung liegt momentan noch auf fast denn ich bin dabei noch das heißt ich wollte jetzt damit anfangen wieder den letzten rest hier was noch an sachen zu befahren ist noch anzuschließen denn es ist wie gesagt noch nicht alles angeschlossen und das soll noch passieren und sobald dann im prinzip die leitung vorhanden ist dann wollte ich ein live stream machen wenn da überhaupt interesse daran besteht ihr könnt ihr vielleicht ja meine kommentare schreiben ob eventuell da überhaupt interesse daran besteht den server hier über die minecart bahn mal im live stream zu sehen vielleicht ist auch dass der ein oder andere lust hat einfach mal mit dabei zu sein entweder im teamspeak oder auch vielleicht sogar auf dem server und ja ist vielleicht so eine alternative oder ein angebot von meiner seite her einfach dabei zu sein wenn hier der live stream läuft um sich vielleicht die sachen einfach mal anzuschauen vielleicht ist auch der ein oder andere bereit dann muss ich da nicht unbedingt einen dummy account die minecart bahn fahren lassen sich ins minecart zu setzen und die etwas über vier stunden sich ins minecart zu flitzen und hier einfach mal eine runde über den server zu drehen es gibt einiges zu sehen keine frage es ist vielleicht alles ein bisschen langwierig gebe ich zu weil ich sag mal die ganzen bauwerke sind hier etwas größer geworden als geplant zumindest die meisten einige sind groß geplant worden sind auch dementsprechend groß geworden nur so diverse dinge sind halt einfach größer geworden als sie geplant waren und dadurch zieht sich natürlich alles so ein bisschen und ja mein angebot hat einfach ein live stream machen sobald die internet leitung steht und vernünftig läuft dabei sein entweder im teamspeak oder auf dem server ja einfach schreibt es in die kommentare ob ihr wenn du lust habt mitzumachen dabei zu sein ob überhaupt ein live stream über vier stunden ja gewünscht beziehungsweise wie soll ich sagen akzeptiert hätte ich fast gesagt wird vielleicht habt ihr auch gar keinen bock euch vier stunden da die größten bauwerke in minecraft anzugucken die längste minecart bahn der welt anzuschauen man weiß das immer nicht also es ist für den einen oder anderen denke ich mal interessant für die anderen sagen so ein blödsinn wollen wir gar nicht sehen wir bauen größer wir bauen schöner keine frage gibt es mit sicherheit einige die größer und schöner bauen als wir aber ich sag mal so also das team das megaprojekte team hat hier in diesen server und in diese map hier äh einen haufen arbeit reingesteckt einen haufen zeit reingesteckt äh teilweise mit tierischen details gearbeitet was ich so für für meinen teil sag ich mal äh nicht unbedingt äh ja bei der größe ja ich will nicht sagen für wichtig halte aber wo ich nicht mit gerechnet hätte teilweise und ich bin nicht so der datei freund ich halte auch nicht ganz viel vom ausbauen ähm ich bin mehr so für die außengestaltung und äh ja fürs groß eigentlich und ja ich sag mal die details die ausstattung ähm da ist eigentlich mehr so das team für da ähm die geben sich da echt viel mühe und von daher ohne ein passendes team ist man bei dieser größe der bauwerke eigentlich aufgeschmissen außer man setzt sich da jahrelang hin und äh bastelt halt eben jahrelang dran rum ähm die meisten dinge sind hier innerhalb ja von tagen wochen entstanden äh ein paar sachen da sind wir schon ich sag mal seit ein paar jahren dabei wie zum beispiel in der weihnachtsstadt da sie ja jedes jahr erweitert wird und wir sind da halt eben dieses jahr muss ich sagen ähm müssen wir uns immer ein bisschen auf die finger klopfen äh sind wir ziemlich schlampig muss man so sagen weil wir haben dieses jahr bis jetzt noch gar nichts gemacht wir haben Ende August und ja in der weihnachtsstadt ist nichts passiert das heißt da ist nicht wirklich großherrlich was dazugekommen ähm vielleicht mal hier so eine Kleinigkeit oder sowas aber es ist nicht wirklich was dazugekommen und somit also ähm ist ein bisschen traurig aber liegt vielleicht auch ein bisschen mit an mir weil ich auch in letzter Zeit hier äh sehr sehr wenig auf dem Server gewesen bin und somit halt auch da wirklich nichts gemacht habe und naja ich denke mal wenn auch hier die Internetleitung bisschen besser wird dass es vielleicht doch den ein oder anderen Livestreamer gibt von Bauwerken beispielsweise hier von dem größten Fahrrad was es in Minecraft momentan gibt ja ich sage immer die größten es ist auch wirklich das größte wir haben rumgeschaut ähm es gibt kein Minecraft Fahrrad und schon gar keins in der Größe wir hatten eins gefunden gehabt ähm das war winzig und sah nicht aus wie ein Fahrrad und das ist definitiv ein Fahrrad man kann es erkennen als Fahrrad wenn es sich dann halt mal komplett aufbauen würde und es ist definitiv das größte mal schauen ob man jetzt vielleicht wenn wir jetzt hier vorbeifahren ob sich da eventuell doch noch ein bisschen mehr aufbaut dieses Fahrrad ist komplett ausgestattet mit Speichenkette äh Ständer Licht und Klingel und Sitzen und hinten Kindersitz drauf mit äh Insassen allem drum und dran wir hätten gerne auch noch ein ein Fahrrad drauf gepackt auf das Rad nur leider Gottes hat es die Bauhöhle nicht mehr hergegeben ähm das hier ist auch ein bisschen Wandgestaltung ich dieses Fahrrad wird es aber noch irgendwann ein Special geben das schieben wir auch schon seit Monaten vorweg und immer ja machen wir noch kommt später irgendwann irgendwann kommt es denn naja ihr wisst teilweise selber wie es ist und schiebt halt gewisse Dinge einfach vor sich her hier sollte noch ein Schutzblech drauf da sind wir uns noch nicht so einig äh wie wir das da drauf packen ohne die Form des Rades an sich zu zerstören weil es ist ja trotz der Größe alles ziemlich eng und ziemlich knapp so dass man da halt wirklich schwierig noch irgendwas groß äh ich sag mal zwischenbauen könnte ja ihr seht das waren jetzt im Endeffekt nur das Motorrad und das Fahrrad und wir sind jetzt schon seit ja ich sag mal so circa knapp 10 Minuten unterwegs und der Bildaufbau ist halt eben nicht so schön ähm aber wir wissen leider noch nicht woran es wirklich liegt ob es jetzt am Server selber liegt ähm selbst nach dem Serverwechsel hat sich da nicht groß was getan ähm vielleicht liegt es tatsächlich hier an der Internetleitung am Aufbau äh oder einfach an der schieren Größe gut aber wir können auch klein wie man da unten sieht ähm das soll es jetzt erst mal nur kurz dazu gewesen sein als kurze Info am Rande den Megaprojekte-Server gibt es noch ich steig hier mal eben aus und es wird sich da halt auch noch in nächster Zeit wirklich was tun und ihr werdet da mit Sicherheit noch das ein oder andere im Video hier bei mir oder auch bei den anderen sehen denn Megaprojekte ist noch nicht gestorben sagen wir es so ne vielleicht kennt der ein oder andere den hier oben mit der Mütze der wunderschönen Strickmütze mit dem Herzchen drauf ähm ja gut hier unten hier oben auf der Mauer Zaungäste ähm gut aber ihr seht Aufbau ist leider schlecht äh ich kann es irgendwie komisch nicht ändern ich kann nötig jetzt jetzt hier warten bis sich da was aufbaut aber naja gut aber das soll es erstmal als kurze Info gewesen sein äh Livestream über 4 Stunden Minecraft Bahn ja oder nein schreibt es einfach in die Kommentare denn äh welcher Größe es hier steht und vielleicht habt ihr Lust dabei zu sein wenn es wieder heißt Minecraft Megaprojekte ich sag einfach mal danke fürs Zusehen ich hoffe es kommen die kommt der ein oder andere Kommentar dazu und ja ich weiß danach was ich machen soll oder nicht machen soll denn ich sag mal eure Meinung ist halt wichtig davon lebt das Ganze hier was YouTube und das Ganze drumherum betrifft weil ohne eure Meinung weiß man wirklich nicht ob man auf dem richtigen Weg ist ob ihr das was hier passiert oder was gezeigt wird ob das überhaupt ein Interesse hat oder nicht und von daher einfach mal in die Kommentare knallen was haltet ihr davon sollen wir oder soll ich in dieser Art weiter Videos machen für euch oder habt ihr da so in dem Sinne gar kein Interesse dran würde mich mal interessieren weil ich sag mal in der ganzen Videomacherei hier das ist alles auch nicht in 5 Minuten getan denn ich sag mal man muss es erstmal aufnehmen danach einmal gucken ob der Ton einigermaßen ist denn eventuell beim Bildbearbeitungsprogramm Schneiderprogramm dann nochmal am Ton arbeiten am Bild arbeiten eventuell das ein oder andere noch zusammenschneiden danach das ganze nochmal gucken dann muss es gerendert werden dann muss es noch hochgeladen werden dann muss es nochmal am besten geguckt werden um zu sehen ob tatsächlich alles so ist wie man sich das vorgestellt hat und ja da gehen schon mal ein paar Stunden ins Land und wenn dann eigentlich gar kein Interesse dran besteht an solchen Dingen ja gut dann kann man sich diese stundenlange Arbeit eigentlich auch ganz getrost sparen und kann eventuell irgendwas anderes machen was vielleicht sag mal mal ein bisschen mehr sinnvoller ist oder nicht sinnvoller ist je nachdem das würde mich einfach mal nur brennend interessieren ob da weiterhin Interesse besteht denn es ist wirklich viel Zeit die dabei drauf geht alleine nur hier vom Bauwerk zu Bauwerk zu fliegen da geht schon eine Menge Zeit drauf und schreibt in die kommentare denkt dran live stream ja nein es werden minimum vier stunden also mindestens denn die momentane fahrzeit liegt bei glaube ich drei stunden 59 also knapp vier stunden das ist noch nicht alles angeklemmt sind noch einige schienen zu verlegen es sind noch einige strecken anzuschließen und ja ein bisschen arbeit steckt da noch drin und wir kommen dicke über vier stunden wenn so wenn ich sogar vier stunden ja ich sag mal vier stunden zehn vier stunden 15 würde ich mal fast für vermuten jetzt bin ich aber am überlegen was zum teufel ist das hier das habe ich da nicht dran gebaut da sind so beiden Seiten dran aber was ist das das habe ich da nicht dran gemacht gemacht ich mal team fragen vielleicht haben die irgendwie sich dabei was gedacht gut das soll es dann aber auch hier erstmal gewesen sein mal wieder minecraft mega projekte auf dem mega projekte server falls ihr fragen anregungen oder ähnliches habt das einfachste ist ihr kommt einfach in tss ich bin also ich persönlich bin meistens erst abends zu erreichen da ich tagsüber arbeite heute habe ich ausnahmsweise mal frei so dass ich mal so ein bisschen zeit habe was zu machen und aber ansonsten halt abends auf jeden fall und für den fall dass ich mal nicht da sein sollte sind mit sicherheit leute vom team da die könnt ihr auch anschreiben das ist überhaupt kein thema und die geben euch dann definitiv informationen oder leiten informationen auch an mich weiter wenn denn da irgendwas sein sollte dass ich dann ja kurzfristig auch mal online kommen kann oder online komme oder so also das sollte weniger das problem sein dass man mich oder wie gesagt einen des teams erreicht gut jetzt aber genug gesammelt hier denn steckt hier noch ein bisschen arbeit drin wir müssen noch einiges bauen einiges anschließen ich hoffe dass das team auch wieder fleißig dabei ist jetzt wo ich auch mal wieder da bin ich sage einfach mal danke fürs zusehen ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder ein wenn es wieder heißt minecraft oder irgendwas anderes macht's gut haut rein und tschüss